Hallo und herzlich willkommen. Heute mit besserer Mikrofonqualität von mir zumindest. Die anderen waren ja immer nahezu perfekt. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Bin wieder zurück im Ländle. Hat geklappt, trotz dass mich ein Streik in Stuttgart aufhalten wollte, aber nicht mit mir. Haha, nicht mit mir. Da haben sie einfach mal mein Flugzeug von Amsterdam nach Stuttgart gestrichen. Einfach so cancelled. Das erfährst du. Du bist mir egal, ich lande selber. Nein, das erfährst du so. Also mein langer Flug, der ging ja von Kuala Lumpur nach Amsterdam und dann von Amsterdam nach Stuttgart. Der kurze, den haben sie gecancelt und das erfährst du einfach mal so 15 Minuten vor Boarding in Malaysia. Und das war es halt mitten in der Nacht und bei uns auch schon relativ spät irgendwie Nachmittag, dass du auch keinen mehr erreichen konntest und so. Und da habe ich dann irgendwie noch, da gab es bei KLM, da ging das über WhatsApp, die Hotline. Habe ich gedacht, es funktioniert doch nie. Hat funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. Hatte so ein Roboter an der anderen Seite so, ja, ihr Flug wurde gecancelt. Was möchten sie tun? Ja, möchten sie umbuchen? Ja. Hat er drei Auswahlmöglichkeiten gebracht. A, B, C. Welche möchten sie haben? A. Und dann so, ja, sie bekommen in 20 Sekunden, Sekunden eine Rückmeldung, ob es geklappt hat. Ja, Stunden oder war nichts. Also ich habe es ewig angelassen. Dann musste ich das Handy ausmachen im Flugzeug. Dann habe ich gehofft, dass es geklappt hat. Hat geklappt. Bin ich dann halt mit einer KLM-Maschine von Amsterdam nach Stuttgart geflogen und die haben sie angenommen in Stuttgart. Offensichtlich. Aber war total gespenstig. Der Flughafen Stuttgart war total leer. Habe ich noch nie gesehen. Also wenn da eine Band oder sowas irgendwie ein Musikvideo hätte drehen wollen in so einem verlassenen Flughafen, da gab es ja mal von Regen und Mild. Wir müssen alle viel länger schlafen. Gab es mal so ein Video. Das haben sie damals in Leipzig gedreht, als der noch nicht offen hatte. Ja, das wäre die Chance gewesen. Aber gut. Ne, wir sind wegen Filmen hier. Ich komme jetzt hier zu uns schwafeln. Der Chris hat natürlich die Fahne hochgehalten und war in der Sneak Preview in Stuttgart in den Innenstadtkinos und hat dort einen Film gesehen. A Great Place to Call Home. Und wer sich erinnern möchte, wir hatten letzte Woche die Neustarts besprochen. Da habe ich gedacht, Mensch, das passt ja gut auf den Tipp. Und das war genau der Film. Also aufmerksame Hörer kriegen immer schon mal noch Zusatztipps für die Sneak. So, dann sprechen wir natürlich über die Charts in Stuttgart, was da so drin ist in den Kinocharts. Die Neustarts der Woche. Wir haben im Heimkino Filme geschaut, nämlich It's a Wonderful Knife. Ist zwar nicht mehr Weihnachtszeit, aber passt schon irgendwie noch rein vom Temperatur her. Und der Chris hat Robots geschaut. Oh ja. Oh Gott, erinnere mich. Ist das dieser animierte Film? Ne, ne? Ne, was? Dieser Animationsfilm mit den... Nein, 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 nein. Okay. Ach, ich glaube, auf Sky läuft gerade irgendeiner mit so Puppen. Genau. Mit so AI. Ja, stimmt. Na gut, lass uns mal rein starten. Also, Chris, A Great Place to Call Home. Ich habe ja schon ein bisschen was mitgekriegt in unserer WhatsApp-Gruppe, dass der dir doch ein bisschen gefallen hat. Jetzt bin ich mal gespannt, worum es da überhaupt ging. A Great Place to Call Home setzt Ben Kingsley in den Mittelpunkt als Rentner Milton, der irgendwo in Pennsylvania in so einem kleinen Städtchen seinen Lebensabend mehr oder weniger versucht zu genießen. Aber Problem bei ihm ist, er vergisst langsam immer mehr Sachen und wird halt so ein bisschen schrullig, was seine Tochter regelmäßig auf den Plan ruft, die halt da ist und ihm unterstützt und ihn hilft. Seinen Sohn, zu dem hat er leider keinen Kontakt mehr, das ist mal abgebrochen. Ist ein bisschen schwierig. Also er ist ein bisschen so ein leicht grumpy old man und fristet halt da sein Dasein. Geht auch regelmäßig dann zum Town-Meeting, um sich darüber zu beschweren, dass man eigentlich auf der einen Straße unbedingt einen Fußgängerüberweg braucht und solche Sachen. Also es ist halt, ja, hat Kleber am Kühlschrank mit Kühlschranktür zu und auf der anderen Seite vom Kühlschranktür steht nochmal Kühlschranktür zu. Also macht bitte die Kühlschranktür wirklich zu. Solche Sachen vergisst er dann eben auch mal. Und er lebt da vor sich hin, seine Tochter in größerer Sorge, wo das noch hinführt, ob das noch Sinn macht, dass er alleine zu Hause ist. Und eines Tages in der Nacht macht es einen Riesenlärm, einen Riesenschlag und in seinem Hintergarten, in seinem Garten hinterm Haus landet oder Bruch landet vielmehr ein Ufo, ich glaube mitten in seiner Azaleen, was ihn ziemlich anpisst, weil bis die nachwachsen, dauert eine ganze Weile. Und warum ich das so sage, ja, Ben Kingsley hat das oder vielmehr Milton hat das ein paar Mal betont, so scheiße, bis die wieder schön sind. Und dann landet also dieses Ufo da hinten in seinem Garten und er denkt erstmal so, the fuck, was ist das jetzt? Ruft die Polizei, sagt, ja, bei mir ist gerade ein Ufo gestrandet und die Polizei sagt zu ihm, bitte halten Sie die Leitung für richtige Dinger frei und erklären ihn mehr oder weniger dafür vielleicht Gaga. Und das akzeptiert Milton dann mehr oder weniger auch. Seine Tochter erreicht er nicht, da geht nur die Mailbox ran, die leider keine Aufnahmekapazität mehr hat. Und ja, er, wie gesagt, beschließt dann, das erstmal zu akzeptieren, so wie es ist, die Situation einfach anzunehmen. So, ja gut, dann ist da hinten ein Ufo gestrandet, guckt sich das dann am Tag drauf mal an und ja, da ist halt nicht viel Bewegung auch in diesem Ufo. Und dann lässt das halt mal so, geht zum nächsten Townmeeting und sagt dort, ja, außerdem ist bei mir im Garten ein Ufo abgestürzt und alle gucken ihn nur so an. Ja klar, Alter, man ist, ist logisch. Und dann begibt sich es eben, dass er nach Hause kommt und in seinem Garten liegt dann nicht nur das Ufo, sondern es liegt tatsächlich auch ein Außerirdischer im Garten. Und er weiß überhaupt nicht, was er damit anfangen soll. Geht dann raus und legt erstmal nur eine Decke drüber und lässt das arme, unbekannte Wesen da draußen im Garten erstmal liegen, weil er mit der Situation völlig überfordert ist. Also dann das nächste Mal nachdem Alien guckt, das auch etwas verwundet wirkt, holt das dann doch mit rein, also bittet es herein. Das Alien spricht nicht, aber er bittet es dann mit rein und kommt noch mit rein und versucht dann verschiedene Sachen dem armen Außerirdischen zu essen zu geben und was tatsächlich funktioniert zu den Äpfel. Also da fährt er voll drauf ab. Und... Nicht Katzen. Katzen spielen tatsächlich eine Rolle in diesem Film. Das war nämlich auch so ein Moment, wo ich sehr lachen musste. Und wie es dem halt so ist, wenn so ein alter Mann irgendwie solche Sachen erzählt, man glaubt ihm zuerst nicht, aber irgendwann kommen dann doch zumindest Nachbarinnen oder halt welche aus dem Städtchen werden dann auch so ein bisschen aufmerksam, wie zum Beispiel Sandy, gespielt von Harriet Samson Harris, die dann da vorbeikommt und das Alien sieht und erst mal What? Oh Gott, wir dürfen es keinem erzählen. Und ja, quasi bei Milton zu Hause auf der Couch sitzt dann das Alien, sie essen zusammen Äpfel und schauen, ich glaub NCIS oder irgendwie sowas, weil das findet er ganz arg cool, weil... Juhu! Jaja, das war auch so ein Moment, wo ich einfach nur grinsen musste. Also entweder, ich weiß nicht, NCIS oder CSI, irgendwas. Ich glaub, es war NCIS. Ach, jetzt seh ich gerade. Ich wollte gerade mal googeln, ob das wirklich wie ein Alien aussieht oder ob das so menschenartig ist, aber das sieht ja aus. Nein, das sieht schon aus wie ein Alien. Jaja, das sieht ja richtig aus. Aber Ben Kingsley mit Haaren hättest du auch erst schwer erkannt. Ja, ja, es ist einfach so ganz... Aber es ist wirklich so großartig. Und es kommt dann noch eine zweite Nachbarin, die da auch davon Wind kriegt, die... Der kommt das alles ein bisschen spanisch vor. Das ist Jane Curtin, die spielt die Joyce. Die schaut dann mal rein, zieht dann beim Essen das Alien mit sehen und klopft dann. Und die so, ja, wir sind gerade am Essen und blablabla. Und ich hab's gesehen. So nach dem Motto. Weil sie sind halt auch so unbeholfen so ein bisschen. Und das ist so dieser ganze Film, diese unbeholfene, bisschen unbeholfene, aber dann immer doch offenherzige Art, nachdem man sich dann doch an die Situation gewöhnt hat. Das hat mich so ein bisschen an den Schwaben erinnert, der ja auch am Anfang ein bisschen schroff wirkt. Aber wenn man sich dann zwei, dreimal mit denen getroffen hat, mit uns Schwaben, dann gange man auch immer zusammen wieder weg, gell? Dann kann man auch was unternehmen. Problem in der ganzen Sache ist dann, dass die Regierung das auch ein Stück weit mitgekriegt hat. Natürlich. Ja, und dann wird's natürlich nochmal ein bisschen anders. Und wo das hingeht, verrate ich nicht weiter. Ich kann nur sagen, es ist ein Film, der 90 Minuten ungefähr geht, ein bisschen weniger sogar. Mit 90 ist er ausgewiesen, aber er dauert ein bisschen weniger. Aber er ist unfassbar charmant. Also dieser Film trieft vor Charme. Ben Kingsley spielt das so unglaublich mit Haaren. Es ist so, nicht so zum Brüllen komisch, sondern es ist einfach so herzerwärmende Situationskomik. Man leidet mit den Charakteren so ein bisschen mit. Man fühlt mit dem Alien mit, dass er dann einen Namen kriegt. Also sie nennen es dann Jules, also vielmehr Sandy benennt es als Jules. Joyce sieht es nicht so. Milton, er ist halt außerirdisch, ja, keine Ahnung, wie der heißt. Ich nenne ihn nicht so. Es ist so gut einfach, es ist so schön. Der Film im Original heißt ja auch Jules. Und es ist so ein herzerwärmender Alien-Film. Ich habe irgendwo gelesen, E.T. für Rentner. Finde ich fast, ja, finde ich ganz, ganz treffend ein Stück weit. Aber E.T. ist dann noch mal eine Stufe anders, weil Jules halt nicht wirklich versagt. Aber Jules hat noch eine Besonderheit. Das kommt auch im Film. Aber vielmehr ein paar Besonderheiten. Und es gibt, wie gesagt, so Szenen und Situationen, die einfach so in sich so witzig sind. Weil, weiß ich so, wenn man so große Dinge vielleicht erwartet oder einen absoluten Karlauer erwartet und der kommt dann nicht, sondern es kommt nur so ein abgeschwächtes Ding. Und das allerdings dann auch wieder komplett auf die Figuren passt. Also ich fand die Figuren unglaublich gut gezeichnet, unglaublich gut erzählt. Der ganze Film, wie gesagt, er strotzt vor Scham, weil es so herzerwärmend alles ist. Und ich hatte richtig, richtig Spaß. Also es war dadurch, dass er auch relativ kurz ist, ist er auch sehr kurzweilig gemacht. Und die haben wirklich in die 90 Minuten Sachen reingepackt, in einer stoischen Ruhe, die eine echt schöne Geschichte erzählen, die ich jedem nur ans Herz legen kann. Also wirklich, wer die Möglichkeit hat, ins Kino zu gehen, zu A Great Place to Call Home, der sollte das machen. Der sollte diese 90 Minuten Zeit in die Hand nehmen, nach meiner Auffassung. Und sich das auf jeden Fall anschauen. Also Erik, ich glaube, du hättest ihn auch ziemlich gefeiert. Kann ich dir auch sagen, also du hättest ihn wahrscheinlich genauso charmant gefunden. Kate, glaube ich, genauso. Die einfach sagen würde, ach Gott, ist das süß alles teilweise. Und ach Gott, das ist so herrlich skurril. Also es ist so eine Mischung aus Sweetness und Skurrilität. Und es ist einfach ein ganz toller Mix, den vor allem halt Ben Kingsley da auch reinbringt. Und wie gesagt, ich will ja nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, schaut ihn euch an. Er lohnt sich wirklich. Ich habe es sehr, sehr gefeiert. Auch wenn er nicht so die Top-Kritiken hat, wie ich gerade sehe bei Filmstarts, zum Beispiel nur drei von fünf oder sowas. Ja gut, das hat nichts zu sagen. Ja, hat nicht so wirklich was zu sagen. Also ich bin, jetzt will ich da auch nochmal trutzend, ich erhöhe es nochmal auf 8,5 von 10, weil ich ihn wirklich, wirklich gut fand. Läuft am 1. Februar schon an. Also quasi, der läuft jetzt schon, wenn ihr die Sendung hört. Könnt ihr ja mal gucken, ob der vielleicht bei euch in der Nähe im Kino irgendwo läuft. Richtig. Also es gibt tatsächlich in unserer Gloria-Sneak-Gruppe in Facebook, gibt es tatsächlich jemanden, der drei Punkte gegeben hat, der ihn auch nicht mochte, wie es scheint. Also das ist ja auch voll okay. Kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen. Trifft vielleicht nicht jeder mit dem Seins. Aber ab da haben wir 10, 9, 9, 8, 8, 8 Punkte. Also ich fand ihn richtig, richtig gut. Jetzt schon für mich so eine richtige Sneak-Perle oder Film-Perle in diesem Film, ja. Und schaut ihn euch an. Also Kate, Erik, euch kann ich ihn wärmstens nur empfehlen, irgendwie diesen Film zu sehen. Er lohnt sich absolut, weil er ist absolut herrlich. Es müsste irgendwie sowas geben, wie so eine Art Watchliste, wo man solche Sachen draufpacken kann. Und wenn die dann irgendwann verfügbar sind in irgendeinem Streaming, dann ist man da eine Notification. Vielleicht gibt es sowas. Vielleicht weiß das jemand von den geschätzten HörerInnen. Also klingt auf jeden Fall spannend. Vielleicht kriegen wir ja sogar irgendwie einen Screener ran. Mal schauen. Ich merke es mir mal vor. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn der Film schon im Kino läuft, dann ist es schwierig mit Screenern. Da sind die immer sehr vorsichtig dann geworden. Obwohl, eigentlich nicht. Warum eigentlich? Weil wenn der schon läuft? Egal. Ich versuche es mal. Ansonsten bin ich gerade etwas verwirrt, weil du gerade auch Kurt hier die Facebook-Gruppe ins Spiel gebracht hast. Ich habe gerade geschaut. Und ich war mir sicher, dass ich für den Tipp der nächsten Woche was reingeschrieben habe. Aber vielleicht hat es das irgendwie nicht richtig gespeichert unterwegs. Jetzt muss ich das nochmal raussuchen. Kate, wie lautet denn der Hinweis und was ist denn da eingegangen? Die Kinoleitung gibt uns den Hinweis auf eigenes Risiko. Und es gibt zwei Tipps. Einmal von Martin, der tippt auf Reality. Und der Christian tippt auf den neuen Film, die Farbe lila. Ist das eine Neuauflage? Ja. Haben sie nochmal neu gemacht. Puh, ja. Ich weiß nicht, der geht ja auch bestimmt so lange wie das Original, oder? Das weiß ich nicht, ob ich denn das nie kamen möchte, wenn der so... Frag mich nur, warum es da eine Neuauflage braucht. Der erste ist doch... Also das Original ist doch wunderbar. Ja, vielleicht ein bisschen verklärt. Aber ich habe, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so, lief der mal irgendwo im Fernsehen, da habe ich reingeschaut. Der ist schon mit den heutigen Sehgewohnheiten, ja, ist ja schon ein bisschen schwierig, weil der ist doch sehr langsam erzählt und so. Ich meine, ich kenne jetzt den neuen noch nicht, aber wenn sie den... Ich meine, die Thematik ist ja immer noch brisant und wichtig. Wenn sie den da vielleicht ein bisschen moderner gemacht haben und ein bisschen kurzweiliger. Mal schauen. Ich weiß nicht, ich kenne ihn noch nicht, wie gesagt. Vielleicht fällt es mir noch irgendwie ein, was ich getippt hatte. Ich gucke noch mal nach, dann schreibe ich es in die Gruppe mit rein. Könnt ihr es dann dort lesen. Und jetzt gucken wir doch mal in die Kino-Charts und Neustarts rein. Kino-Charts und Neustarts. So, bei den Charts, die offiziellen Innenstadt-Kinos, Stuttgart-Kino-Charts haben wir bekommen wieder. Da ist auf Platz 5 Migration, raus aus dem Teich. Jetzt muss ich endlich mal raus haben. Auf Platz 4, und das ist sehr, sehr spannend, die Mad Opera mit Carmen, original mit Untertiteln. Wahrscheinlich irgendein Special Feature, was da wahrscheinlich total ausverkauft war. Das haben sie ja schon seit Jahren läuft ja die, die Mad da übertragen. Wird dann übertragen und es halt mit Carmen und es scheint sehr, sehr viele Leute eingelogt zu haben. Auf jeden Fall keine Vegetarier. Wow. Platz 3, Platz 3, The Holdovers. Auch sehr empfehlenswerter Film. Jetzt Oscar nominiert, Golden Globes gewonnen. Also ich habe ihn auch schon weiterempfohlen an den Reiko vom Nachzug nach Hamburg Podcast. Der war auch sehr begeistert. Der hat mich gefragt, ich will jetzt hier mit Freunden ins Kino. Was gucken wir uns an, The Holdovers oder Poor Things? Da habe ich gesagt, okay, den Poor Things habe ich noch nicht gesehen. Aber The Holdovers, den fand ich gut. Und da sind sie rein und waren auch begeistert. Platz 2, Chris. Wo die Lüge hinfällt. Ja, auch Sneak Film. Sehr gut. Sehr lustig. Der war cool, ja. Ganz cool. Und Platz 1, ich habe es gerade schon erwähnt, Poor Things. Da sind sie dann auch noch reingegangen, irgendwie ein paar Tage später, der Reiko und seine Freunde. Und da hat er gemeint, ist ein sehr guter Film, aber furchtbare Musik. Jetzt interessiert er mich erst recht, was er da für furchtbare Musik findet. Der hat ja auch schon ein paar Preise abgeräumt, ne? Ja, also auch die Oscar-Nominierungen, die sprechen eigentlich für sich. Den muss ich sowieso noch gucken. Ja, mal schauen, wie ich es schaffe. So, was haben wir denn so an Neustarts für die kommende Woche? Das wäre dann der 8.2.2024. Wir nehmen mal Kino.de, auch die Kurzzusammenfassung. Da startet die Farbe lila. Ach, Musical-Neuverfilmung. Okay. Kate, jetzt weißt du, warum die es neu gemacht haben. Ach, du gute Güte. Das gleichnamigen Klassiker ist mit Star-Besetzung über eine junge, schwarze Frau und ihr schweres Schicksal in den USA Anfang des 20. Jahrhunderts. Was werden die da wo singen bei der Vergewaltigungsszene? Hm, man weiß es nicht. 140 Minuten geht da. Erik, du bettelst heute um einen Shitstorm, oder? Tja, ich frage mich, wie man, also Musical ist für mich ja immer eher so ein bisschen was Beschwingteres, ja? Wie man da so einen dieben Stoff da unterbringen kann in ein Musical ist mir fraglich. Ja, du hast Le Miserable nicht gesehen, oder? Ja, also das Musical habe ich natürlich nicht gesehen, ja. Aber ich kenne Le Miserable. Das Buch. Unglaublich. Natürlich. Ja, aber es gibt ja auch einen Musical-Film zu. Ja, ich bin mit Musicals, wäre ich schwer warm. Vielleicht, ja, mal schauen. Chris, was kommt denn noch? Das nächste ist bestimmt was für dich, da bin ich ganz sicher, nämlich Feuerwehrmann Sam, tierische Helden. Kino-Event für Feuerwehrmann Sam-Fans, bei dem fünf Folgen der 15. Staffel vor TV-Ausstrahlung gezeigt werden. Wenn das mal nichts ist, hey. Also vor allem fünf Folgen und das Ganze dauert 49 Minuten. Ja, die gehen ja immer so zehn Minuten. Also 15 Minuten. Ich war sogar schon mal in einem Feuerwehrmann Sam-Kino-Event vor einigen Jahren mit meinem Kleinen, glaube ich. Ja, da liefen auch mehrere Folgen. Ja, war ziemlich voll. War auch, glaube ich, in den Innenstadtkinos, wenn ich mich recht erinnere. Und auch bei, wie hieß das, mit dem Marmeladenbrot. Ja, Bernd und das Marmeladenbrot. Ich muss gerade nur ein bisschen lachen, weil ich höre im Hintergrund bei Kate, höre ich die ganze Zeit irgendwelche Klötzchen gegeneinander hauen. Und bei mir schneucht ein Hund neben mir gerade. Nicht wundern bitte. Wir haben heute sehr viele Background-Geräusche. Erik, möchtest du vielleicht noch die Waschmaschine anschmeißen? Nee, ist gerade nicht notwendig. Ich habe meine ganze Wäsche schon gemacht. Aber was ich machen kann, ist, den nächsten Kinostart, der interessiert mich tatsächlich, weil ich da den Trailer gesehen hatte. Wir hatten ihn auch besprochen, letzte Woche, glaube ich. Madame Web, neue Marvel-Film. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen, der Trailer. Unerwartet gut. Ich hatte ihn noch nicht gesehen gehabt. Und im Kino verfangen Trailer bei mir immer noch mal ein bisschen mehr. Ein Spider-Man-Spin-Off über die Mutantin Madame Web. Wenn ich das richtig gesehen habe, kann die so ein bisschen in die Zukunft sehen. Und verschiedene Stränge, wenn bestimmte Entscheidungen getroffen wären und so weiter. So ein bisschen Doctor Strange-mäßig so vielleicht. Ich weiß nicht. Es sah gut aus, der Trailer. Echt, wirklich. Ja, dann startet noch Night Swim. Den hatten wir auch in der Sneak. Horror-Film über eine Familie, die in ein neues Haus mit Pool zieht. Doch im Pool lauert das Böse. Oh, das Böse. Also, dass wir den folgenden Film nicht in der Sneak hatten, das wundert mich ja. Weil wir hatten eigentlich so alles, was so in die Richtung kommt, hatten wir eigentlich in der Sneak. Nämlich geliebte Köchin. Ein französisches Liebestrama über einen berühmten Gastronomen, der nach 20 Jahren gemeinsam in der Küche endlich das Herz seiner Köchin erobern will. Geht schlanke 145 Minuten. Französisches Liebestrama. Also eigentlich alle Checkboxen für eine Sneak erfüllt hier. Französischer Film. Liebestrama. Lang geht er. Ja, ich hätte auch noch ein britisches Drama mit Paul Maskell und Andrew Scott. Ja, All of Us Strangers startet jetzt dann auch. Will ich unbedingt sehen. Ja, genau. Also, den muss ich unbedingt noch sehen. Dann startet auch noch ein Animationsfilm. Arky und die Stadt des Lichts. Ein australischer Animationsfilm nach Graphic Novel Vorlage über ein kleines Oktopusmädchen, das ihren Vater retten muss. Ah, okay. Reality, Drama mit Sidney Sweeney über die US-amerikanische Sprachwissenschaftlerin und Whistleblowerin, Reality Winner. Okay. Und Sidney Sweeney hatten wir zuletzt mit Da, wo die Lüge hinfällt. Oder wo die Lüge hinfällt. Der wurde ja getippt für morgen. Ach, die war das? Ja, der wurde auch getippt, genau. Die war ja ganz cool in der Rolle. Ja, die war ganz nett anzuschauen. Das hast du gesagt. Es läuft auch noch was an. Wenn man jetzt nur die Beschreibung lesen würde, klingt es etwas anrüchig. Also, ein Drama mit James Cosmo als alternden Witwer, der sich in seine Haushaltshilfe verliebt, heißt My Sailor, My Love. So, mal gucken, was von den anderen noch läuft, die hier noch nicht mal ein Bild haben bei Kino.de. Weil die haben immer ein bisschen, was haben wir denn hier? Ich glaube, die laufen alle nicht an. Ne, haben, glaube ich, alles schon drin gehabt, was jetzt anläuft. Es sind ja auch wirklich ein paar gute oder ein paar zu kräftige Titel dabei, finde ich. Also, mit dem nächsten Oscar-Kandidaten, All of Us Strangers, nachdem The Hold Overs ja auch schon ganz gut performt, der ja jetzt nicht so die riesen Top-Darsteller hat. Und ja, Madame Webb auf jeden Fall. Ja. Klingt gut, diese Kinowoche. Also, ja, bin gespannt, was dann nächste Woche in den Kinocharts so sich tut und drin ist. Und jetzt machen wir nochmal weiter im Heimkino. Heimkino. Ach, es ist schön, wenn ich so Trenner abfeuern kann hier. Und vor allem, wenn ich zwei Bildschirme habe. Wenn ich nur an meinem kleinen Laptop sitze, da irgendwo remote, das ist irgendwie nervig. Ja, der Chris hat gerade eben einen Film vorgestellt. Schieb mal mal seinen ein bisschen nach hinten. Ich habe einen Film angeschaut, It's a Wonderful Knife. Den hatte ich so ein bisschen, ging der durch meine Bubble durch, so in der Weihnachtszeit, glaube ich, lief der im Kino. Und den gibt es jetzt schon zum Kaufen auf diversen Medien. Und das habe ich mal getan. Und was ich so mitbekommen hatte von dem Film, dass das irgendwie so ein bisschen so eine weirde Geschichte sein soll mit so einem Killer. Und ja, das ist es dann eigentlich auch. Also es geht darum, so eine Kleinstadt, uns wird so ein Mädchen vorgestellt und die gerät da an so eine Geschichte rein mit so einem, ja nicht Serienkiller, aber so einem Typ, der da wirklich so mehrere Leute umbringt in dieser kleinen Stadt. So ein psychopathischer Killer. Und sie schafft es dann aber eines Tages, eines Abends sich mal dem Killer zu erwehren und diesen Killer umzubringen. Und sie sieht dann halt auch, wer es ist. Nämlich, da gibt es so einen Immobilien-Mogul, würde ich es mal nennen, in der Stadt, gespielt von Justin Long. Und der hat irgendwie so ein großes Einkaufszentrum und versucht da immer weiter zu erweitern und hat auch schon so ein paar Leute irgendwie umgebracht oder irgendwie die Kinder von irgendwelchen Leuten umgebracht, denen seine Häuser erhaben wollte, weil er darauf spekuliert hat, dass die quasi durch diesen psychischen Knacks, den sie dann bekommen, wenn ihr Kind umgebracht wurde, dass sie dann vielleicht irgendwo wegziehen oder so. Und genau, das ist der eine Teil der Geschichte, was jetzt so klingt, als hätte ich alles verraten, ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn nachdem sie den Killer umgebracht hat, wird sie von der Familie von Henry, so heißt er, Justin Long, ziemlich gemobbt in dieser kleinen Stadt. Man kennt sich halt und, ja, du hast meinen Vater umgebracht, ja, du hast den umgebracht. Und irgendwann ist das dann so weit, dass sie sich wünscht, gar nicht mehr zu leben. Sie ist dann irgendwo an so einem Gewässer und spricht dann so den Wunsch aus, ich würde am liebsten gar nicht existieren oder sowas. Und plötzlich geht der Wunsch in Erfüllung. Sie merkt es erst gar nicht. Sie geht dann von diesem Ort wieder zurück in die Stadt und irgendwie keiner kennt sie. Also ihre Eltern erkennen sie nicht. Übrigens, ihr Vater gespielt von Joel McHale, den man ja kennt zum Beispiel aus Community. Und, ja, ihr Vater erkennt sie nicht. Er sagt ja, nee, ich habe keine Tochter und so. Und ja, und was ist hier mit meinem Bruder? Ja, der Bruder, der ist von dem Killer umgebracht worden. Okay, nee, und sie kennt die Geschichte halt ganz anders, dass sie ja ihren Bruder gerettet hat. Und so kommt sie dann halt irgendwann drauf, okay, offensichtlich ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen. Und sie versucht halt mit dem Wissen, was sie von den Personen hat, aus ihrer Realität sozusagen, versucht sie halt dort mit Leuten anzusprechen, damit sie irgendwie Hilfe bekommt. Denn in der alternativen Realität, in der sie sich befindet, ist der Killer immer noch sehr aktiv und bringt Leute um. Und ist dort auch, Justin Long ist dort mittlerweile schon ein richtig großer, dem gehört fast alles in der Stadt. Der hat auch seinen eigenen Sohn als Polizeichef ernannt, damit er da schalten und walten kann, wie er will. Und ja, so macht sie sich halt zusammen mit einer Freundin, der sie quasi das so ein bisschen beichtet oder erzählt, um was es sich handelt. Sie glaubt ihr natürlich erstmal nicht, dass die aus einer anderen Realität kommt. Aber nachdem sie einiges offenbart, was eigentlich nur sie wissen kann, wenn sie ihre Freundin ist, macht sie dann auch mit. Und ja, ich habe das in der Gruppe auch empfohlen, der Kate, weil ich dachte so, ja, so Serienkiller-Ding. Und wenn das so ein bisschen so leicht weird ist und so. Das war eigentlich immer so das, wenn ich überlege, so die Scream-Serie hatte Kate gern geguckt und Scream an sich auch und auch so andere Serienkiller-Filme. Und dachte ich eigentlich, das gefällt ihr, aber offensichtlich nicht. Jetzt habe ich ein bisschen daneben gelegen, glaube ich. Kate, woran hat es gelegen? Du fandest es nicht ganz so? Also fangen wir mal an, dass es schauspielerisch nicht auf der Höhe war. Die Dialoge teilweise aus der Hölle kamen. Und ansonsten, der Plot des Films irgendwie geklaut wirkte aus mehreren verschiedenen Filmen, war der einfach, also ich habe es in der Gruppe geschrieben, ich habe auch schon schlechtere Filme gesehen. Aber ich habe halt auch schon deutlich bessere Filme gesehen. Der war schon sehr Banane. Also, der ist einfach, sorry, das war einfach extrem schlecht geschauspielert. Ihm hat das nicht gut gespielt. Ja, nicht durchgehen, nicht von einem. Also, ich glaube, der Chris hat ungefähr zehn Minuten von dem Film gesehen und er hat nach zwei Minuten gesagt, boah, ist das schlecht. Genau das. Mut zum Trash, sage ich nur. Ich habe tatsächlich vom Ende was gesehen. Ja, er war trashig. Es war furchtbar. Es war nicht zu ertragen. Ich sage hier dran so. Schöne Killszenen fand ich auch, mit der Zuckerstange und so. Ja, okay. Also, die Killszenen in Ordnung, ja. Aber ansonsten, also, wenn du sagst, dir hat ja auch Scream gefallen. Also, Scream hat mehr Niveau, zumindest die ersten zwei Teile, als dieser Film. Die ersten zwei sind gut. Also, den darf man nicht ernst nehmen. Also, der Film, man darf sich selber nicht, also, man darf, also, man muss es so sehen, als ob der Film sich selber nicht ernst nimmt. Dann macht er vielleicht Spaß. Aber ich würde es eher als, als, als trashige Komödie für Schlefatz abtun, als, als beinharten Horrorfilm. Na, ganz so weit unten würde ich es nicht sagen. Also, Schlefatz ist schon nicht, nee, es war schon ein bisschen, schon, war eher so ein bisschen so Happy Death Day-Made. So, diese Vibes und so, das mochte ich ja auch. Und, ja. Ah, ja, da lag ich halt daneben. Ich dachte, das war schon sehr gut. Ja, hat mir nicht so gut gefallen. Ich versuche es weiter. Aber ich habe jetzt zu Ende geguckt. Das ist gut, ja. Hatte zumindest mal auch cooles Ende, wie ich fand. Und auch die, der Killer, die, die Maske und sowas, ist ja auch immer wichtig, wie das so gemacht. Das fand ich eigentlich ganz gelungen. Ah, ja. Also, kann man durchaus mal gucken. Horror Slasher. War schon, ist zwar ab 16 freigegeben, fand aber doch manche Sachen schon ganz schön heftig. was da so passiert ist. Und, ja. Der Film hat aber auch halt auch versucht, alles zu bedienen. Also, das, das, die, die lesbische Tante mit ihrer Frau, mit dem sehr, sehr großen, markanten Mutter mal im Gesicht, dann der schwule Bruder, äh, die, die Eltern, die da total cool mit umgehen. Und dann auch ihre, ihr, ihr Weg zum, zu ihrer Identität während des Films, das ist alles so ein bisschen. Ich sehe schon, hat er nicht so gefallen. Also, ich gebe auf jeden Fall sieben Punkte, weil ich fand ihn ganz cool. Und auch so diese Idee dahinter mit diesem, dieser anderen Realität, wo sie dann, wo der Killer auch aktiv ist und so. Das fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Ich gebe ihm gnadenvolle fünf Punkte. Das ist ja okay. Ja. Mal sehen, ähm, ich glaube, man muss den jetzt nicht unbedingt kaufen, wenn ihr den jetzt, oder wenn ihr ihn sehen möchtet, könnt ihr natürlich gerne kaufen. Aber ansonsten, dadurch, dass es den ja jetzt, ähm, so zum, äh, Kaufen ja gibt auf Blu-Ray und, ähm, vielleicht gibt es den dann demnächst auch in irgendwelchen Streaming-Services. Ach so, man kann den ja im Streaming-Service auch ausleihen. Und, ähm, warum hat der bei Freenet-Video geht er nur 83 Minuten, bei allen anderen 87? Schneiden die den Abspann weg oder was machen die da? Ich sehe es gerade bei, wer streamt es. Ähm, wird wahrscheinlich dann demnächst auch in irgendeinem Streaming-Angebot komplett verfügbar sein, im Gratis-Inhalt. Dann könnt ihr darauf warten. Wenn ihr nicht warten könnt, könnt ihr euch gleich holen. Ich fand ihn ja, wie gesagt, ganz gut. Ähm, okay, dann. Ach so, hast du deine Punkte? Ah, du hast fünf gesagt, genau. Ähm, Chris, was ist denn mit den Robotern hier? Erzähl doch mal. Oh Gott, ja, ich dachte, in meiner Unbedarftheit, ich klicke mal einen Film, der, ähm, vom Namen her schon eigentlich relativ interessant für mich klingt und von, äh, Schauspielerin, äh, Shailene Woodley auch relativ interessant klingen könnte und hab mir bei Sky, äh, Robots geklickt und, ich sag's vorneweg, ich hätte gerne die 90 Minuten Lebenszeit einfach gerne wieder. Ich hab, also, ja, danke, Kate. Ähm, wir schreiben das Jahr 2032 und, ähm, Roboter sind inzwischen so entwickelt, dass sie uns im Alltag helfen. Sie haben menschliche Züge, sie sind so menschenartige Roboter und die machen dann ganz viel, äh, zum Beispiel Müll weg, Müll einsammeln und wegbringen. Und wenn sie dann nicht funktionieren, schmeißt man sie einfach direkt auch mit in die Müllpresse, macht einfach neue, weil, pff, scheiß drauf, ist ja ein Wegwerfartikel sozusagen. Und dann gibt's eben noch eine weitere Stufe von diesen Robotern, die als, ja, nicht nur als menschliche Diener dann funktionieren, sondern auch sehr, sehr menschlich aussehen und auch, äh, komplett quasi das Gesicht und die alles, alles haben und die auch studieren und was weiß ich was. Und das macht eben sich Jack Whitehall, gespielt von Charles, ähm, Charles, 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 äh, wie ich dumm jetzt? Nee, Jack Whitehall, so heißt der Schauspieler. Gott, ja, macht sich das, äh, zur, zur Eigene, der spielt den Charles und, äh, Charles eben, es hat so einen Stiefvater und soll da eigentlich im Unternehmen ganz groß rauskommen, aber hat überhaupt keinen Bock zu arbeiten, sondern ruht sich mehr auf dem Reichtum vom Vater aus und hat eben dann so einen Roboter, den er zur Arbeit schickt und der macht natürlich alles ganz arg toll dort und, und dann auch immer so, oh ja, wie du in letzter Zeit, ah, in den letzten Wochen und Monaten, wie hart du gearbeitet hast und ja, oh ja, vielen Dank und so und dann immer so abends kurz den Bericht kriegt, während er daheim hockt, Fastfood mampft und, äh, Videospiele zockt und halt dann auch zu Hause den, den Roboter seinen Haushalt machen lässt, der halt aussieht wie er selbst. Problem an der Sache ist, diese Roboter, diese komplett menschenechten Roboter, sind illegal. Die darf man eigentlich nicht haben. Okay. Der hat trotzdem einen. Warum werden die dann hergestellt? Ja, die sind, die, die werden hergestellt, Achtung, von Tesla. Oh, okay. Ist unglaublich, ja. Ja, ähm, und was aber Charles auch macht, also was, was Charles auch mit den Roboter tun lässt, ist Frauen abchecken für ihn, der ihn dann so massiv Honig ums Maul schmiert und dann immer sagt so, oh ja, und nein, wir, wir, wir gehen noch nicht zu dir, unser erstes gemeinsames Mal muss was ganz Besonderes sein. Und dann springt quasi er ein, ähm, hat was mit der, mit der Frau dann und alles ist gut für ihn und dann hat er quasi wieder Spaß gehabt und lässt sie dann fallen. Also so nach der Art. Problem an der Sache ist, eines Tages läuft er natürlich an die falsche, nämlich an Elaine, äh, gespielt von Shailene Woodley, die auch so einen Roboter illegal besitzt, aber die hat eigentlich nicht so das Geld, sondern die macht das mehr, um die Typen auszunehmen, sich da tausend tolle Sachen immer kaufen zu lassen, seien es, äh, die neuesten Gucci-Taschen, die einfach komplett bescheuert aussehen, also so, äh, hiermit mit Hula-Hoop-Reifen als Tragegurt und was weiß ich was, also so, äh, das ist so, äh, das ist so richtig peinlich gewesen teilweise mit diesem, ja, wir wissen nicht, was für lustige Designs wir in 2032 haben werden, ach, mach einfach so Alltagsgegenstände oder so Sportgeräte und machen daraus irgendwie lustige Tasche und verkaufen das teuer, so nach dem Motto. Und wie es dem halt so ist, äh, die geraten dann aneinander und in dem Fall passiert das schier Unmögliche, die beiden Roboter verlieben sich ineinander. Ach! Und ich, ja, Erik lacht schon, ja, Erik lacht zurecht. Und diese beiden Roboter, ähm, brennen dann quasi miteinander durch und klauen die Identitäten von Elaine und Charles und es beginnt dann so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel mit, äh, wir fangen unsere Roboter wieder ein und das darf eigentlich keiner wissen und wie und was und wen können wir retten und, äh, es ist unsäglich, es ist wirklich unsäglich. Es ist dahin unsäglich, weil Charlene Woodley als Elaine, also nicht als Roboter-Dame, sondern als Elaine immer halb nackt drum rennt, ähm, dann, äh, Jack Whitehall ist einfach nur, äh, ich weiß nicht, der kam nie wirklich in der Rolle an oder kommt für mich nie in der Rolle an. Es ist schauspielerisch echt dürftig, was da abgeht. Es wird die ganze Story ist extrem dürftig, was da abgeht. Es ist so teilweise echt unlustig und, und, und bescheuert und, und so viele Face-Paar-Momente und, und Sprünge im Film, die ich auch nicht ganz verstanden habe, äh, boah, also ich fand's echt, echt anstrengend. Also was eigentlich relativ als nette und lustige Idee klingt, entpuppt sich als für mich kompletter Flop. Robots of Sky, also wer 90 Minuten Lebenszeit über hat und überhaupt nichts mehr zu tun hat, der soll einfach Gras wachsen gucken, ist spannender wie, wie Robots, tut mir echt leid. Ich bin mir relativ sicher, dass ich jetzt einen Erik so ein bisschen angefixt hat, der sagt, ah, vielleicht möchte ich es sehen. Nee, nee, klingt nicht so. Ja, vielleicht mal einen Blick reinwerfen. Also, wo du gesagt hast, die eine ist immer halbnackt, das hattest du mich kurz, aber dann wieder nicht mehr. Ja, es ist halt, ja, ähm, wie sie dann auch in einer Hütte im Wald absteigen, weil, oh, wir müssen uns verstecken, wir werden von den Behörden gesucht. Oh, ich weiß, wo wir hin können, wir gehen einfach in die Hütte von meinem Dad. Ja, da guckt bestimmt niemand nach denen, ist ja klar. Also, es ist, ja, mich hat es nicht abgeholt. Es ist basierend auf dem Buch The Robot Who Looked Like Me. Und es ist halt, ja, nee, nichts, nichts wirklich, wo ich sage, okay, kann man anschauen. Ich gebe ihm 3,5 von 10 Punkten und das sind sehr nette gemeinte 3,5 von 10. Die hat Shailene Woodley rausgeholt, aber das war es dann auch. Also, Robots, Finger von lassen. Ei, 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 das ist ja nicht so überzeugend gerade. Ich bin ehrlich, was soll ich sagen? Ich will ja niemanden anlügen. Ja. Ei, 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 Robots. Ich habe auch von dem Film vorher noch nie irgendwas gehört, dass es den gibt oder so. Fun fact, du hast nichts so passt. Manchmal kriegt man auch irgendwie Infos von irgendwelchen Filmverleihern, weil meistens laufen die ja vorher mal im Kino und dann kommen die irgendwann ins Heimkino oder auf Sky. Aber von dem Film habe ich noch nie irgendwas gehört gehabt. Hm, gut, dann auf in den Bereich Serien. Serien. Ich habe eine Serie komplett geschaut, eine Miniserie, als ich jetzt unterwegs war. Die hatte Kate schon mal vor sechs Jahren oder so vorgestellt hier in der Sendung, hat sie mir vorhin gesagt, hat sie schon mal rausgesucht. Acht. Acht Jahre sogar, genau. Das klingt ein bisschen wie ein Vorwurf. Das ist halt so, die ja bei Fortsetzung folgt, bei dem Serienpodcast. Da schauen wir ja manchmal so eine oder Pilotfolge von irgendeiner Serie und sprechen dann darüber. Und manchmal gibt es so Serien, wo ich mir denke, okay, das will ich auf jeden Fall noch weiterschauen. Und ja, wie es dann halt manchmal so ist, das gerät irgendwie in Vergessenheit. Und so war es bei der Serie auch. Die heißt 11-22-63 und ist verfügbar auf Apple TV. Man kann die sich dort kaufen. Und ich glaube, das ist lange her, dass ich mir eine komplette Staffel gekauft habe. Ich habe nachgeschaut irgendwie. Die letzte war wirklich so irgendwie auch so vier, fünf Jahre her, dass ich mir mal von irgendwas eine komplette Staffel gekauft habe. Also normalerweise kaufe ich mir dann irgendwie so die erste Folge für Fortsetzung folgt. Und dann besprechen wir die und dann vergesse ich das oder so. Und hier habe ich mir jetzt im Urlaub, was heißt Urlaub? Nee, Dienstreise war kein Urlaub, aber unterwegs halt, das mal gekauft. Weil als ich dort in Kuala Lumpur im Hotel war, lief quasi dort im Fernsehen eine Folge davon. Da ist mir eingefallen, Mensch, das wollte ich da auch noch gucken. Deswegen dann habe ich geschaut, was ich davon noch irgendwie bei Apple TV habe. Und da war es nur die erste Folge. Und dann habe ich die erste Folge geschaut auf dem iPad und dachte, ja, nee, da will ich den Rest jetzt mal noch schauen. Habe mir den Rest gekauft und dachte ich, ja, passt für die Heimreise. Ein langer Flug und so. Und wenn ich dann noch Aufenthalt habe. Ja, dann habe ich mir gekauft. 11-22-63 mit James Franco und Chris Cooper. Eine absolut empfehlenswerte Serie. Deswegen möchte ich sie jetzt auch nach acht Jahren hier nochmal erwähnen und vorstellen. Es ist eine Miniserie basierend auf einer Geschichte von Stephen King. Und bei Stephen King ist ja immer so ein bisschen was, ja, Mysteriöses, teilweise Gruseliges mit drin. Und hier ist es so, James Franco, der ist Lehrer an so einer Schule und geht immer gerne in so einen Diner essen bei Chris Cooper. Und Chris Cooper, der hat, glaube ich, war der mitgespielt. Ich glaube, bei American Beauty zum Beispiel könnte man ihn kennen. Der verändert sich immer sehr stark oder so. Also er gibt ihm irgendwie einen Kaffee aus und geht dann hinten in die Rückseite von seinem Diner, kommt wieder und hat sich irgendwie verändert. Und eines Tages offenbart sich dann Chris Cooper auch gegenüber Jake, gespielt von James Franco. Und sagt dann nämlich, ja, geh doch mal da hinten rein in den Raum und geht dann hinten in diesen Nebenraum. Und dann ist es so ähnlich wie bei, was weiß ich, bei, gab es doch mal die Serie, wo die in den Schrank gehen und dann in dieser Fantasy-Welt landen. Und so ungefähr ist es hier auch, bloß, dass er halt plötzlich am, nicht am 22.11.68, sondern irgendwann 1960 landet er in der Vergangenheit. Immer am selben Tag, zur selben Zeit. Das passiert immer genau das Gleiche, wenn er durch diesen Schrank geht. Und Chris Cooper nimmt an oder hat da ja auch schon recherchiert, er war da schon in der Vergangenheit, er nimmt an, dass es dafür ist, um eben das Attentat an Kennedy zu verhindern. Und was quasi schon in den 60er Jahren, Anfang der 60er schon seine Anfänge nimmt mit Lee Harvey Oswald, der irgendwie nach Russland geht und die ganzen Verstrickungen mit CIA und so weiter. Und Chris Cooper hat da schon mehrfach dort ermittelt in der Vergangenheit. Er war dort teilweise Jahre in der Vergangenheit. Und immer, wenn er zurückkommt, ist in der aktuellen Zeit gerade mal irgendwie zwei Minuten oder so vergangen. Das führt halt dann dazu, dass wirklich, wenn er jemanden Gast zum Beispiel hat, wie jetzt James Franco im Diner, geht hinten rein in den Schrank und bleibt einfach mal für ein paar Jahre dort weg, kommt dann wieder, dann sieht man natürlich auch, dass er sich verändert hat und das ist dann auch der Grund für seine Veränderung. Und weil er jetzt mittlerweile an Krebs erkrankt ist und das nicht mehr weiterführen kann, diese Ermittlung, offenbart er sich an James Franco. Er sagt ihm das alles, worum es da geht und dass er doch selber mal da aktiv werden soll und übergibt seine ganzen Ermittlungsakten, was wirklich ein riesiger Berg ist. Und er hat auch zum Beispiel Sportergebnisse aufgeschrieben, damit man in der Vergangenheit ein bisschen Geld machen kann durch Wetten. Und auch hat er einiges bereitgelegt, was so Thema angeht, wie, wo kaufst du dir am besten dein Auto, wo kannst du am besten unterkommen, Wohnungen. Weil wenn er dort landet in der Vergangenheit, hat er erstmal nichts und muss sich da irgendwie zurechtfinden. Und ja, er begibt sich dann dort in diese Vergangenheit und er hat es natürlich erstmal getestet, sagt er, ist alles Quatsch und so. Er geht in die Vergangenheit, geht zu einem Baum, rittst da was rein und kommt wieder in die Jetztzeit und schaut sich den Baum an. Das ist tatsächlich noch da, das ist quasi mitgewachsen. Das heißt, Veränderungen aus der Vergangenheit, die dort getätigt werden, haben auch einen Einfluss auf die jetzige Zeit. Und ich will mir nicht zu viel verraten, es hat natürlich sehr viel mit JFK zu tun, mit den ganzen Ermittlungen, aber da steckt noch sehr viel mehr mit drin. Denn es passiert auch einiges anderes noch in der Vergangenheit und als er dann so zurückkommt mit seinen Veränderungen, ist auch so das Thema Butterfly-Effekt, welche Änderungen haben was bewirkt. Und Chris Cooper nahm halt an, dass wenn Kennedy am Leben bleibt, wenn er nicht diesem Attentat zum Opfer fällt, dass dann alles gut wird. Ja, dass dann zum Beispiel Amerika nicht in den Vietnamkrieg eingetreten wäre, dass dann verschiedene Sachen, viele, viele junge Leute nicht gestorben wären im Vietnamkrieg. Und einige andere Dinge auch, andere Politiker wären gar nicht erst an die Macht gekommen und hätten ihren schlechten Einfluss auf die Politik nicht getätigt. Und ja, es ist wirklich eine spannende, gut erzählte Serie, es sind irgendwie neun Folgen nur. Und die zehnte Folge würde ich aber auch empfehlen. Das ist eigentlich keine direkte Folge, sondern so eine Art Making-of-Featurette, wo dann wirklich auch alle zu Wort kommen, die da beteiligt sind. Und die war auch richtig gut, wenn man das alles so erfahren hat. Und dann haben sie auch so das Gegenüber gestellt, so diesen Zipruder-Film, diesen Bekannten, der da diese Super-8-Aufnahmen gemacht hat von Kennedys Attentat. Und wie sie dann wirklich die Leute alle nachgestellt haben, bis hin zu den ganzen Kleidungen, die die anhaben damals, was die anhatten. Und es ist wirklich eine extrem empfehlenswerte Serie, wer es noch nicht gesehen hat. 11, 22, 63, deutscher Zusatztitel, der Anschlag. Toll gespielt, gut erzählt, spannend, echt empfehlenswert. Kate, kannst du dich noch daran erinnern? Du hast sie auch, glaube ich, ganz gut bewertet damals. Ja, ja. Es sind jetzt einige Erinnerungen wiedergekommen. Ja, also ich erinnere mich zum Beispiel an diese Diner-Szene und dann auch, dass er lang in der Vergangenheit ist und dann mit sich hadert, aber zurückgeht, weil er dann alles weg ist, was er erreicht hat und so. Aber ich erinnere mich nicht mehr an das Ende. Ich weiß nicht mehr, was das Ende war. Ah, okay. Weil das Ende hat mich wirklich umgehauen. Das ist richtig gut. Ja, ich muss es vielleicht nochmal gucken. Aber wenn es die nur zu kaufen gibt, ist es ein bisschen doof. Ja, vielleicht kommt es ja wieder mal irgendwo rein. Also ich hatte natürlich auch, meine erste Anlaufstelle war, wer streamt.es und da habe ich gedacht, ja, vielleicht gibt es das ja mittlerweile irgendwo. Aber nee, gab es nicht. Und da habe ich gedacht, komm, ich hatte damals bei Apple TV die erste Folge gekauft, die hatte ich noch drin. Da dachte ich, komm, guck mal, was der Rest kostet, war irgendwie 19 Euro. Da dachte ich, okay, das kann man schon mal ausgeben, wenn man sonst ins Kino geht und wenn es gut ist. Und das hat sich schon gut angefühlt, die erste Folge. Und in meiner Erinnerung war die auch noch gut. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kaufe die mal. Und das hat ja wenigstens auch funktioniert im Ausland. Die aufmerksamen HörerInnen werden sich erinnern, was ich mein Leid geklagt habe mit Streamingdiensten im Ausland. Apple TV war ja das, was noch funktioniert hat. Da habe ich gedacht, okay, das will ich auch mal belohnen, sozusagen. Und habe da zugeschlagen. Also 11, 22, 63 von mir irgendwie. Wenn ich Punkte geben müsste, wären es irgendwie so 8 bis 9, 8,5 Punkte auf jeden Fall. Tolle Serie, Miniserie, gut erzählt, echt gut gemacht. Und trotz, dass Stephen King die Serie auch gut findet. Es ist ja bekannt, dass das, was Stephen King gut findet, die Filme und Serien sind eigentlich total scheiße. Er mag eigentlich die schlechten Sachen. Oder er findet, dass die schlechten Filme und Serien sein Werk besser umsetzen. Und so Sachen wie Shining oder sowas mag er überhaupt nicht. Deswegen, also hier trotzdem mal eine Serie, die es gut umgesetzt hat und die spannend ist. Jo, das war es mit Filmen und Serien für die heutige Sendung. Aber jetzt gibt es ja noch ein bisschen Musik auf die Ohren für die Spotify-Playliste. Pack ich drauf von David Bowie Lazarus. Was gibt es von euch, Kate? Von Livingston Last Man Standing. Okay. Das war brandneu, ist das. Hast du bestimmt auf ihre Playlist gepackt, habe ich vorhin gehört. Ja, ich habe was, wo man vielleicht erstmal sagt so, what? Und dann aber, okay. Five Finger Death Punch. Und zwar Judgment Day, aber in der Akustik-Version. Also Five Finger Death Punch, wer das kennt, der weiß schon, die gehen ganz schön ab. Und die können auch ein bisschen anders tatsächlich. Ist das Metal? Es ist hörenswert. Hör einfach rein. Akustik. Na, Akustik ist bestimmt nicht so metalig. Nee. Aber das Cover sieht sehr metalig aus. Ja. Muss ich sagen. Five Finger Death Punch nicht. Nachholen, Erik. Nachholen. Unbedingt nachholen. Metal ist nicht ganz so meins. Trotzdem, nachholen. Aber mal schauen. Ich höre mal rein. Ich höre auf jeden Fall rein. Ich habe es jetzt alle schon draufgepackt auf unsere Playlist, die da heißt. Kinocast Songs. Dürft ihr gerne abonnieren auf Spotify. Was mich ja wundert, dass die Kate heute nicht Taylor Swift genommen hat. Jetzt, wo gerade Taylor Swift in den USA diesen riesen Bass bekommen hat, dadurch, dass sie so ein bisschen gegen Trump und so weiter. Finde ich ja gut. Es wird wahrscheinlich, da reden schon die Presse in den USA schon davon, dass das wahrscheinlich das Zünglein an der Waage sein kann, das den erneuten Wahlsieg von Trump verhindert. Bin ich gespannt. Ja, sie hat es aber letztes Mal schon nicht geschafft. Mal schauen. Trump zu verhindern. Wenn Biden dagegen kandidiert, oh, da sieht es schlecht aus. Also ich meine, der ist ja so tatterig mittlerweile. Boah, also, hei, 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 also. Na gut, das alles weitere in unserem Politik-Podcast-Spinoff und jetzt wünschen wir allen HörerInnen erstmal eine wunderschöne Woche. Geht ins Kino. Wir haben euch sehr viele Tipps dagelassen. Also zum einen das, was diese Woche schon anläuft, das, was ihr vom Chris gehört habt, Great Place to Call Home, der läuft schon. Die anderen Sachen, die neu anlaufen, unbedingt ins Kino gehen. Sehr viele coole Sachen dabei. Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss. Und schaltet unseren Politik-Cast ein. Bis bald. Auf Wiederhören. Polycast. Dann. Tschüss. Polycast. Polypod. Nee, Polypod klingt viel besser. Klingt zwar ein bisschen wie Polypocket. Polypod klingt aber auch, als ob wir irgendwie Pot rauchen oder so. Aber vielleicht auch. Gut, dass die Mikros aussehen. Läuft noch. Das hast du alles gesagt. Ich distanziere mich. Bis bald im Kino-Cast. Das ist das, was ich. 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 Vielen Dank.